Brian Ruecker, ich gratuliere heute zum Sieg. Am Anfang hat es nach einer knappen Angelegenheit ausgesehen. Was habt ihr als Team besser gemacht, damit ihr den Sieg haben nach Hause bringen können? Ich glaube, wir haben versucht, den Zug auf das Klo zu machen, die Schiebe auf das Klo zu bringen. Dort stehen, wo es weht. Und dann haben wir die Schiebe reingebracht. Du konntest einen Shutout feiern, wie du mit deiner persönlichen Leistung bist. Ich würde jetzt immer sagen, es ist eine Teamleistung. Ich meine, sie haben mir vorhin recht geholfen. Ich weiss gar nicht möglich gewesen, aber ich glaube, es war gut. Ihr habt heute sehr lautstarke Fans noch mit dabei gehabt. Wie sehr habt ihr euch im dritten Drittel besonders unterstützt? Ja, es ist natürlich enorm wichtig, wenn man so eine Band im Rücken hat, wie unsere Fans. Und ich glaube, wir haben einen grossen Beitrag dazu geleistet, dass wir da drei Punkte hinholen konnten. Super, merci, wir sind die und gerade die jetzt zu Sieg.